Und damit... Hallo meine Pokefreunde und Pukenheim! Willkommen zur zweiten Folge Mutant Mats Deluxe! Ich würde sagen, wir fangen direkt mit der zweiten Welt an. Ich weiß, ob es die zweite Welt ist, aber wir gehen einfach mal rein. Okay. Musik hört sich schon mal... Na, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Komisch. Bam, bam. Dich habe ich gesehen. Oh! Die Stacheln. Die will ich nicht berühren. Denn wie wir wissen, tun mir die Stacheln weh. Aber die Musik ist wieder aber schön. Wieso sage ich das eigentlich noch? Ich meine, die Musik in dem ganzen Spiel ist schön. Als ob es ein Nintendo-Spiel wäre. Aber es ist sogar gar nicht. Respekt. Okay, jetzt nicht. Ich muss mir auch weiter umschauen. Weil ich alles, weiß ich mal, 100% nicht, ne? Was ist es hier? So. Ich bin einfach mal so schon spontan. Habe jetzt einfach mal die erste Folge hochgeladen. Und mache direkt die zweite Folge. Weil ich eigentlich ein anderes Projekt jetzt noch geplant habe. Aber das jetzt nicht, doch nicht kommt. Ähm, ja. Aber in ein paar Tagen, also nächste Woche kommt doch noch ein anderes, neues Projekt. Aber ich würde es erst aufnehmen, wenn ich mein, ähm, Mikro habe. Deshalb kommt es erst nächste Woche. Und das kriege ich ungefähr Mittwochstelle. Ich schätze mal Mittwoch. Hopp. Hopp. Ich werde ja auch ein Video darüber machen. Über fast alles oder so. So, was ist das? Ihr wisst, ihr habt ja schon gesehen in der ersten Folge, dass, ähm, die nicht so lange war. Ich werde auch die Folge nicht so lange machen. Mal schauen. Wenn ich hier oft feile, dann werde ich die Folge auch, ähm, verkürzen. Und verlängern. Wie auch immer. So, hier. Hopp. Mastritte. So, diese Hämmer, die erinnern mich an diese, aus Super Mario 64, diese Steinklötze da. Oh, Eis. Oh, nö. Ah, darum ist das Ziel. Ich glaube, das Eis soll bedeuten. Achtung, jetzt kommt eine Eiswild. Das würde mich nicht wundern. Wenn gleich eine Eiswild kommt. Boom, schon eine Schaffung. Boah, das ging aber schnell. Oh, Hovercraft Achievement. Cool. Gehen wir mal hier ran. Ähm, so, das geht irgendwie heute schnell. Ich glaube, ich mache, wenn es gleich schon zu Ende ist, dann mache ich schon ein anderer. Dann zeige ich euch mal was anderes. Oder ich mache einfach ein anderes Level. Das könnte ich auch machen. Ja? Zack. Denn ich spiele auch zwischendurch mal auf meinem Privataccount. Habt ihr gesehen, den ersten Speicherstand. Das war meiner. Das interessiert auch jeden. Ich weiß. So. Havius. So, du gehst mal weg, Kirtche. Die geht einfach mal. So, jetzt sind wir im Vordergrund. Ne, wir sind im normalen Grund. Genau, wir sind im normalen Grund. Okay, okay. Erklär mir mal die Bedeutung vom normalen Grund. Und Schatz, hinter... Kein Hintergrund, kein Vordergrund, der normale Grund. Ja, das ergibt so viel Sinn, ich weiß. Aber wir gehen jetzt so lang. Wir gehen jetzt lang. Ich würde sagen, wir gehen nach oben. Okay. Bababababam. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich mag immer noch die 3D-Effekte. Die sind so schön. Der Hintergrund ist eigentlich relativ... Also ich hab nicht... Also es ist nicht unbedingt das Beste im Hintergrund. Aber es ist auch nicht so schlimm. Also ich mag's. Das Video kommt irgendwie so nachmittags irgendwann. Aber das interessiert auch jeden. Scheiße. Bam. Ich hab überhaupt keine Ahnung, was ich labern soll. Ich hab so viel in der ersten Folge gelabert, dass ich jetzt direkt danach keine Ahnung mehr hab, was ich labern soll. Ja, in ein paar Tagen kommt ein neues Projekt. Ja, wow. Also es wird jetzt fast jeden Tag mit Mats kommen. Ich hab auch mal ein bisschen recherchiert und ich glaube, dass dieser Typ hier Max heißt. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Also ich bin mir nicht 100% sicher. Und ich hab irgendwo was übersehen. Ich geh nochmal in das Level rein. Denn ich hab irgendwo was übersehen. Und das möchte ich jetzt nochmal herausfinden. Irgendwo gab's eine Passage mit ganz viel Geld. Die ich jetzt gerade verkackt habe. Oder vergessen hab. Ja. So, zack. Speed run. Yeah. Oh, jetzt machen wir vielleicht doch ein Speed run. Yeah. Zack. Okay, du musst ducken. Dann musst du sterben. Hier? Hier? Ah. Ah, okay. I get it. Ah. Ah, B, Z, Y. Okay. Hier geht's nicht weiter. Okay, das ist gut. Nein. Wo bin ich? Okay, das war, glaube ich, nicht so gut. Ne. Das war nicht so gut. Warte, wo bin ich jetzt? Ach, hier. Das ist... Na, war's vielleicht doch gut. Keine Ahnung. So, jetzt habe ich hier alle 100. Nur ich möchte noch eben in das G-Level. In G-Land. Weiß noch nicht, was das ist. Ach nee, da können wir noch gar nicht. Nee, da brauchen wir noch was für. Okay, ich bin mal ruhig. Ich bin schon sehr weit im Spiel. In dem normalen One. Also mein Privat-One. Ich bin schon sehr weit. Aber ich möchte natürlich nicht spoilern. Denn ihr solltet es ja zusammen mit mir herausfinden. Zack, Shacki. Zack, Zack. Scheiße, das ist mir egal. Das ist mir auch egal, obwohl ich fast tot bin. Scheiße, scheiße. Ich habe ein Leben. Ich will jetzt nicht sterben, ne? Ich will jetzt nicht sterben. Nicht sterben. Alter. Alter. Nur ganz schnell nach oben. Du stirbst. Boah, was war das denn jetzt eben? Nein. 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 Scheiße. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Oh Gott. Wie scheiße war das denn jetzt? Egal. Ist ja... Ja, ist okay. Ich habe halt Spaß am Sterben von Mike. Du gehst sterben und ich habe gewonnen. So, dann haben wir das auch durch. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins... Das Level nicht. Da können wir noch nicht rein. Ähm... War ich hier schon drin? Ich bin mir nicht sicher. Ich... Ich gehe einfach mal rein. Ich weiß nicht, ob ich hier schon drinne war. Aber ich erkläre es einfach nochmal. Hier muss man checken. Also, das heißt nicht, dass ich das kaufen muss. Sondern, ähm... Wenn ich genügend habe, dann bekomme ich es. Wenn ich jetzt 800 habe, also das Doppelte... Dann wird sie hier glücklich. Nicht so traurig hier wie jetzt. Und dann, ähm... Behalten wir unsere Münzen und kriegen das Item. Das ist richtig... Richtig gut. Und geil. Und wir machen kurz einen Cut, weil ich wieder Frame-Memore habe. So, da sind wir wieder. Ich würde sagen, die Folge ist so cool, sie machen das Level noch. Schon wieder die Level-1-Musik. Die ist am geilsten, finde ich. Die habe ich ja auch in meinem Auto. Ja. Lass mich halt nicht ausreden, das ist okay. Das habe ich ja auch in meinem Outro. Und mein Outro ist ja halt sowieso so ein Bild mit so einer Musik, weil ich momentan kein Intro und kein Outro habe. Und das ist nicht dein Ernst. Alter, das ist... Ich habe das auswesend verlassen. Sorry. Sorry, ja. Ja, komm, bring mich um, bring mich um. Danke. Was ist jetzt los? Das ist ein ganz normales Level und ich verkacke hier so oft. So, wette, ich schaffe es jetzt. So, was war da jetzt? Ganz schwierig. Genau. Nichts. So. Boah, alter, schimm mal. Nicht so hart. Ah. Ah. Was war das jetzt? Egal. Gehst du bitte weg? Was ist los hier? So, guckst du. Ich habe doch gerade schon wieder ein paar Videos gelöscht. Soll ich jetzt nochmal was löschen? Oder wird das? Oder wird das? You don't kill me. You don't kill me. Oh Gott, habt ihr das gesehen? Gott, ich habe es aber noch geschafft. Das muss man mir schon danken. Ne? Bla, bla, bla. Genau. Ich sage mal, dass ich hier hochgehe. Weiß noch nicht, wo ich hier bin. Aber Baum. Baum ist immer das Beste. Merkt euch das. Wo bin ich hier? Was ist das hier? Hier komme ich in den Hintergrund. Hintergrund geht es weiter. Also gehe ich hier nach vorne. Punkt. Aber. So. Ich muss mal mehr an mein Mikro, weil manchmal bin ich ungefähr so laut wie das Spiel und das möchte ich nicht. Und ich hoffe, dass es hier nicht weitergeht. Ne, okay. Da ist es gut. Zack. Und jetzt im Hintergrund. Ah, okay. Ich verstehe es. Aber nein, da war noch was, oder? Doch. Egal. Ich glaube, wir können es noch nicht erreichen. Ich hoffe es. Wenn wir gleich keine 100 haben am Ende, dann wissen wir ja wohin. Also jetzt am Dienstag kommt kein Video. Äh, sondern am Mittwoch und Donnerstag, also ganze Woche kommen Videos, aber am Dienstag nicht, weil ich da keine Zeit habe. Dafür kommen heute... Was? Ich bin tot? Ich habe gar nicht auf mein Leben geachtet. Dafür kommen heute, aber vielleicht mehrere Videos. Ich muss mal schauen wegen meiner Zeit und alles. Scheiße, scheiße. Nein. Tschüss. Tschüss. Ich muss gehen. Oh, du bist... Zack. So. 94. Sieht gut aus. Bis jetzt. Ne? Oh Mann. Der immer. So, 97 haben wir jetzt. Ich hoffe, das reicht. Ja, das reicht. Oh. Nein. Geh doch da jetzt auf. Ey, der ist so doof. Ne? Ich sag's euch. Okay, 100. Wir haben's. Woo. Das war's schon mit der Folge. Ich lade einfach heute mal so ein paar mehr Folgen hoch, ja. Ich mein, ich hab heute ganz viel Zeit und den ganzen Tag Zeit. Das ist voll cool. Nur morgen leider nicht. Morgen bin ich weg. Müsst ihr nicht wissen. Und... Ich muss sagen, haut rein, Leute. Wenn's euch gefallen hat, dann gebt positive Bewertung. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt mal nächstes Mal wieder vorbei. Oder geht einfach auf Mitteilungen bei der Playlist. Whatever. Haut rein. Und... Tschüss. 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 Tschüss.